hier bin ich live von der glow convention und hinter mir hier der große nix stand bloggers favorite marke aus l.a. sie haben eine große auswahl an verschiedenen produkten ich finde sie persönlich auch großartig und wir gucken mal ob ich mich ja auch eventuell schminken lassen kann denn hier ist eine riesen schlange die warten alle schon drauf und fresh abzubekommen und da gucken wir jetzt mal hin ich möchte aber eigentlich gar nicht stören weil die schlange bildet sich und ich drängel mich jetzt vor aber egal hallo darf ich nur ganz gut stören was wirst du denn gleich bei ihr machen darf ich auch was auf die lippen haben ich möchte das neuste schönste tollste was sie gerade habt ja ja blau oder flieder ich weiß nicht wie man das eine mischung zwischen blau und flieder aber der blau ist auch geil ne das ist auch geil stone fox ja immer stone fox ja stone fox ist gut dann nehmen wir doch stone fox also blaue lippen sieht wahrscheinlich aus als wäre ich zu lange in der kälte gewesen die neuste farbe von nix ist matt zieht ganz schnell ein wird super matt und das tolle ist es klebt nicht sehr gut was ein sehr super gefühl kannst du mit essen trinken ganzen tag eine haltbarkeit und siehst immer super strahlend gut aus perfekt für die after-show party einfach mal kurz ein bisschen mietheim wir sehen uns nach aber 으 Wie 12 3 sie sie Vielen Dank.